Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Cysteria. Wir starten jetzt in den Stadtrundgang. Heute wird die Folge... Ähm, okay. Oh, all you can eat. Ähm, ne, ich wollte sagen, die Folge wird heute ein klein wenig kürzer ausfallen aus zeittechnischen Gründen. Nur bevor ihr euch wundert, warum sie kürzer ist. Es ist fast niemand raus. Ich glaube, es ist noch ziemlich früh in der Morgen. Du bist okay? Ich fühlte sich plötzlich plötzlich anders. Wie eine wehrte Pressure, die auf meinem Kopf zerbreitet. Was? Du kannst es schon fühlen? Was du fühlst, ist die Malevolenz all around uns. Jetzt, dass du mein Vessel bist, du kannst es fühlen. Das ist proof, dass dein Körper bereits aufzunehmen mit meinem Macht. Du sagst nicht. Du sagst, dass wirklich so viel Malevolenz da draußen ist, sogar außerhalb der Stadt? Ja. Und das ist nur ein Geräusch. Als die Leute anfangen, du fühlst es noch mehr. Komm this way. Okay. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Fühlt sie uns jetzt komplett hier rum und wir müssen ihr echt folgen? Scheint fast so. Schneller! Ich will die Stadt sehen! Ich sporte einfach mal vor. Ich denke mal, hier wird sie uns wohl kaum etwas zeigen wollen. Vermute ich jetzt einfach mal so ganz scharf. Anscheinend müssen wir tatsächlich auf sie warten. Okay, das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Also das ist ja eigentlich realistisch, aber... Wo ich heute ein bisschen weniger Luft habe. Alter, ich will nicht die Haare pflegen müssen. Da ist die Karte hochgegangen. Oh, hier ist eine Truhe! Oh, verschlossen. Die hier? Ein Bernsteinstab. Fungiert als eine Art Katalysator, okay? Erstmal rauf hier. Oh Mann! Was ein schönes Meer! Es ist wirklich. Aber im Moment der spektakulären Szene, die Stadt Ladylake ist durch die Malevolenz korrupt. Ja, jetzt, dass ich es sensieren kann, kann ich die Korruption überall fühlen. Wir können das nicht weitergehen. Es ist nicht nur hier in Ladylake. Es ist auch nicht, dass es die ganze Welt schlägt. Die Spendung ist vielleicht schön, aber du kannst dich fühlen, dass dieses Ort nicht die Blöcke des Seraphim, nicht wahr? Ja. In Elysia, ich kann immer wieder fühlen Gramps' Blöcke. Aber hier, nichts. Aber Lila, dieses kleine Weg von dir ist nicht nur um die Situation in Ladylake mit uns, ist es? Du hast etwas zu sagen. Ja, ich habe es schon erwähnt, aber jetzt muss ich Ihnen klarstellen. Die Shepherden können die Hellen, die Menschen und Seraphim bringen, mit der Macht der Purflicht. Das ist die Macht der Shepherden. Aber das ist nicht die Shepherden. Die Lord of Calamity. Die Lord of Calamity? Ja, das Figur hat sich über diese Namen genannt für viele Jahre alt. Wenn die Hellen rufen, diese Figur ist immer da. Ein Lord of Calamity, der mit der Hölle mit der überwältigte Menge von Malevolenz erhältst. Given genug Zeit, ein Lord of Calamity kann sogar permanent alter die Welt selbst. Such ist die Calamity, die er bringt. Wait. Wenn ich richtig richtig记ig bin, die Selestierungen gesagt haben, dass ein Shepard nicht in den letzten 200 Jahren appeared. Und 200 Jahre alt sind, dass die Welt überwältigt wurde von einer Unprecedenten Calamity. Können wir eine Verbindung haben? Ich verstehe. Also, der Lord of Calamity ist die Sorge von all den Malevolenz, und es ist die Macht der Shepard zu finden und bringen ihn. Das ist alles gut und gut. Aber wo ist der Sky? Für jetzt ist es genug, so lange du die Macht der Shepard verstehen. Huh? Die Antworten, die du suchen, sind die, die du selbst herausfinden musst, Surae. Antworten von deinem, die du nicht regrettest. Bleib dich auf dich selbst. Vergiss nicht deine Schulden, aber auch nicht ein Schlag zu es. Antworten von meinem eigenen. Und zu diesem Ende, Surae. Ich weiß, dass du fragen, was der Lord of Calamity hat auf dieser Welt, und wie die Erde-Dwellers und Seraphim geht über ihre Leben. Aber ich möchte, dass du diese für dich selbst herausfinden kannst. Es ist wahr, dass ich komplett glücklich bin, wenn es um alles in der Welt geht geht. Ich möchte, dass du die Welt vertreibst und herausfinden kannst. Und dann kannst du die Antworten, die du hast für dich selbst herausfinden kannst, und eine Stand gegen den Lord of Calamity. Also, ich möchte, dass du dich selbst herausfinden kannst. Ja gut, dann holen wir uns das Essen, was der Wirt ja sowieso schon für uns zubereitet hatte. Das heißt, ist jetzt hier unser Endgegner. Hm. Hm. Aber ich habe nie gedacht, dass es so wichtig wäre. Es ist irgendwie wunderschön. Aber ich kann nicht sagen, dass ich nicht so excited bin. Ich glaube, es ist sicher, dass du wahrscheinlich die größte Shephör in der Geschichte der Welt bist. Du wirklich glaubst? Hey, Lila. Was für die anderen Shephörer waren? Huh? Oh, sorry. Ich habe mich nicht gesagt. so what were the other shepherds like I miss what you said Lila yes hiding something oh my isn't this lovely weather looks like she doesn't want to talk can I ask why you won't answer I I have forged an oath with myself so long as I uphold that oath I may wield certain extraordinary powers however the terms of the oath also prohibit things so wait does that mean there are certain things you can't discuss by powers I assume you mean the power of purification oh wow look at the pretty butterfly you're kind of bad at this aren't you does it really matter we're traveling the world to find these answers anyway after all so we need to go investigate each land's Shepard myths yes 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 that's a thousand percent correct can other seraphim besides you wield the power of purification we should get back before Sarei collapses from hunger and we have to sneak his body through the back alleys we'd better get going chop chop no time to waste the food is probably ice cold by now let's get going okay she is wirklich nicht besonders gut darin das zu überspielen was ist was neue fundstätte das große wasserrad von damensee haha okay ähm ist das ja das gasthaus ja welcome back kind shepherd your meal is waiting for you thanks a bunch all right let's eat sure that was good it really hit the spot haha you ate like a champ it was delicious you sure you don't want me to pay for it of course I am thanks so much sir oh I have something for you a gift arrived from Lady Alicia huh what could it be huh huh it's a letter my sword bags and clothes ah perfect timing go get changed you kind of smell oh my not bad how about it it looks fantastic on you Lord Shepherd it really does so dashing oh man I want one it's the card with the shepherd handed down from tradition in Lady Lake you wear it well so you can put lipstick on a pig just admit it Miklio you're jealous yeah you wish so what's the letter all about well let's see dear sir a I was surprised that you fainted so suddenly I hope your rest at the end was rejuvenating when I learned that you can communicate with seraphim beings of divine nature who cannot be seen by ordinary people when I saw you draw the sacred blade from the Lady of the lake and quell the riot at the festival before my eyes my heart leapt with joy the likes of which I've never known the only thing I can think of to tell you is a sincere heartfelt thanks I hope you do not find this strange though I do think that my true feelings do not come across well in a letter I know that as the shepherd you are soon to embark on a journey to save the world but once you are awake I would like you to come and visit me at my home P.S. did you have a chance to try on the clothes I got for you? they're modeled after the traditional garb of the legendary shepherd I hope they are to your liking my what a kind-hearted young woman yeah seriously I should be the one who's thanking her why not do it in person then good idea let's move come back and see us again kind shepherd you bet I will I will just say that we will definitely do a really cool this is really cool this is really cool this is really cool this is really cool uh... heiligtum ne... Gast... Adeligenviertel then we have to go here something like this is right mango sorbet nom 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 but now everyone is talking about the shepherd arde and the games with the drach schon war. Wie gesagt, heute die Folge ein klein wenig kürzer als gewohnt. Morgen fällt sie aber wieder normal lang aus. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Ich fand trotzdem, dass diese Folge jetzt pickepacke voll war mit Informationen. Ich bin gespannt. Lord of Calamity. Velvet wurde so genannt in Tales of Berseria. Werden wir sie hier wieder treffen? Ich bin gespannt. Also dann, ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!